Heute in der Sendung, Showdown-Wochenende vor den Leinemarschrodungen. Außerdem, Hannover 96 feiert Weihnachten. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Gleich drei Demonstrationen und ein großer Polizeieinsatz, so sah es am Wochenende in der Leinemarsch aus. Der Grund, am heutigen Montag soll es zu den ersten Rodungen in dem Grüngebiet kommen. Und das wollten die DemonstrantInnen vor Ort nicht tatenlos hinnehmen. Vom Rodungsbeginn und den Protestaktionen am Wochenende berichtet mein Kollege Ben Lehmann. Die Rodungen beginnen. Mit Tagesanbruch führ heute schweres Gerät auf, um die ersten Baumfällungen entlang des Südschnellwegs in Hannover vorzunehmen. Der Startschuss für die Neugestaltung der zentralen Verkehrsader im Süden der Landeshauptstadt. Auch Verkehrsminister Olaf Lies war am Vormittag vor Ort und gab einen Einblick, wozu die ersten Arbeiten vorgenommen werden. Also hier werden wir jetzt nur wenige Tage erleben. Dann wird alles, was am Begleitgrün ist, gerodet sein. Dann kann die Behelfsbrücke gebaut werden. Dann kann die Brücke der Hildesheimer Straße, die abgängig ist und ansonsten möglicherweise kurzfristig gesperrt werden müsste, abgerissen werden. Und das Positive ist, dann entsteht dort ein Tunnel, das entlastet die Menschen. Denn wir dürfen nicht unterschätzen, der Verkehr, den wir haben, ist auch eine Belastung für die Menschen in der Stadt. Aber er ist eben morgen immer noch da. Und deswegen diese Maßnahme, die wirklich explizit nur der Behelfsbrücke und dem Tunnel an der Hildesheimer Straße dient. Am Samstag fand in der Leinemarsch eine Demonstration von Leinemarsch bleibt gemeinsam mit dem Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs statt. Der Protest der Initiativen richtet sich gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs, nicht aber gegen den Bau des Tunnels und die Sanierung der Brücke, wofür jetzt Bäume gefällt werden sollen. Die Zerstörung der Natur wollten die AktivistInnen betrauern, gleichzeitig aber auch das bisher erreichte Feiern. Helene Grenzebach vom Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs hofft, dass das Aufeinandertreffen von Protestierenden und ArbeiterInnen nicht eskaliert. Ich als Sprecherin für das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs gehe schwer davon aus, dass es keine Krawalle geben wird und dass sich alle an die Abmachungen halten werden und alle Wort halten werden, sowohl Olaf Lies als auch die Menschen, die in den Bäumen sitzen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt am Wochenende mit rechten Dingen zugehen wird. Die AktivistInnen von Ende Gelände beobachten die Baumfällungen kritisch. Sie demonstrieren seit einigen Monaten in Tümpeltaun, dem Protestlager der AktivistInnengruppe am Südschnellweg Hannover. Sie gehen davon aus, dass es am Rande der Arbeiten zu keinen Zwischenfällen kommen wird. Versprechen können sie es aber nicht. Also wir sprechen aus der Gruppe Ende Gelände Hannover und wir können da jetzt nicht irgendwas zu sagen, was autonome Menschen tun oder was autonome Kleingruppen tun werden. Aber wenn hier etwas passieren wird, was nicht gegen das spricht, wo wir sind, würden wir uns davon nicht distanzieren. Am Sonntag gab es den ersten kleineren Zwischenfall. Damit die Rodungsarbeiten am Montag planmäßig beginnen konnten, wurde am Sonntag der betroffene Bereich eingezäunt. Was danach genau geschah, weiß Dennis Schmidt, Pressesprecher der Polizei Hannover. Dazu war dann im hinteren Bereich beim besagten Tümpeltaun noch der speziellere Fall, dass eine Person sich noch abseilen wollte in den bereits gesperrten Sicherheitsbereich, bei dem natürlich erhöhtes Sicherheitsrisiko aufgrund von verkehrenden Baufahrzeugen schon herrschte. Diese Person wurde dann aber durch Polizeikräfte kommunikativ dazu bewegt, sich aus diesem Sicherheitsbereich raus zu begeben. Und das hat dann alles wunderbar geklappt. Unter strenger Beobachtung von den GegnerInnen der Rodungen haben nun also die Baumfellarbeiten begonnen. Planmäßig soll die Straße nach spätestens einer Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wenn nichts dazwischen kommt, was die Arbeiten behindern könnte. Wir wollen das Thema jetzt noch vertiefen und dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ben Lehmann, der bis heute Morgen noch vor Ort war und die Situation selbst miterlebt hat. Hallo Ben. Hi. Ja, wir haben es ja gerade schon so im Beitrag gesehen. Da war ja doch eine Menge los. Wie hast du so die Situation erlebt? Also jetzt am Wochenende, am Samstag war ich auch vor Ort. Da war ich bei einer Demo von Leine, was bleibt. Gemeinsam mit dem Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs. Und die haben eine Demonstration dort abgehalten. Und zwar einmal war die Demonstration geprägt von Freude, aber auch von Trauer. Freude einerseits, dass sie bisher so viel schon erreicht haben, aber eben auch von Trauer, dass in diesem Rodungsgebiet eben jetzt tatsächlich die Rodung begonnen haben. Genau, heute Morgen ging es ja dann auch los. Wo war denn, so sage ich mal, der erste Punkt? Wo ging es denn da los? Also die Rodungen laufen ungefähr vom Südschnellweg von der Brücke, die über die Hildesheimer Straße führt, bis zum Lager in Tümpeltaun, wo auch die AktivistInnen von Ende Gelände sind. Genau in diesem Bereich wird erstmal gerodet für den Tunnelausbau und für den Bau einer Helpsbrücke. Heute Morgen bei den Rodungen war ja auch Verkehrsminister Olaf Lies überraschenderweise dabei. Was glaubst du, welches Zeichen wollte er damit setzen? Also Olaf Lies versucht hier die Figur der Kommunikation ganz klar zu sein. Er versucht alle Seiten am Ende zu berücksichtigen und hat auch heute irgendwie versucht, durch seine Präsenz genau dafür wieder da zu sein. Glaubst du, das bringt sowas bei den Demonstranten? Also diese Vermittlungsrolle? Also die DemonstrantInnen sind, glaube ich, mit seiner Rolle bisher nicht unzufrieden. Es gibt zumindest viele, die auf sein Wort vertrauen, dass beispielsweise Tümpeltaun die nächsten zehn Monate noch dort bleiben darf und dass die Rodungen wirklich nur bis zu Tümpeltaun stattfinden in diesem Gebiet. Aber es gibt auf jeden Fall auch einige Leute, die Olaf Lies und generell die Politik etwas kritischer sehen und deswegen auch in Tümpeltaun vor Ort waren und auch bei der Mahnwache von Leinemarsch bleibt, um die Situation dort ziemlich genau zu beobachten. Heute war ja auch erstmal der Startschuss der Rodungen. Also es geht ja natürlich jetzt erst richtig los. Was glaubst du denn, was wird uns da jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen auch passieren? Was werden wir da sehen? Also in den nächsten Tagen werden wir auf jeden Fall Verkehrsbeeinträchtigungen haben, dadurch dass eben der Südschnellweg in diesem Bereich gesperrt ist. Die Rodungen werden dauern die nächsten Tage wahrscheinlich nicht länger als eine Woche. Sie werden eben genau von der Hildesheimer Straße, also vom Südschnellweg der Brücke der Hildesheimer Straße, bis zu Tümpeltaun dort werden die stattfinden. Danach wird es wieder einen runden Tisch geben im Dezember und man versucht wieder alle Seiten zusammenzubringen und dort wieder auf Kommunikation zu setzen. Tümpeltaun soll auf jeden Fall die nächsten zehn Monate unberührt bleiben. Dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht und wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Ja Ben, vielen Dank für deine Einschätzungen. Klar, sehr gerne. Und nun zu den Meldungen des Tages aus Hannover und der Region für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. Die Landeshauptstadt Hannover hat in Zusammenarbeit mit Enercity auf den Dächern der Grundschule am Welfenplatz und der Grundschule Wasserkampfstraße Photovoltaikanlagen installiert. Die Leistung von 230 Kilowatt Peak entspricht dem Strombedarf von 85 Haushalten, womit der Ausstoß von 100 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden werden kann. Oberbürgermeister Belit Onai und die Vorstandsvorsitzende von Enercity, Susanna Zapreva, hatten das Kooperationsprojekt zwischen der Stadt und Enercity Ende Juli startet. In den nächsten Jahren sollen Photovoltaikanlagen auf rund 150 Dächern von Gebäuden in städtischer Hand installiert werden. Mit einer Leistung von insgesamt 6 Megawatt Peak. Das entspricht dem Strombedarf von rund 2200 Haushalten. Bis 2035 will Hannover klimaneutral werden. Ministerpräsident Stephan Weil wird den Kurznachrichtendienst Twitter nicht mehr nutzen. Nachdem Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernommen hat, gäbe es kein Eingreifen mehr gegen die Verbreitung von Fake News, Hassrede und Verschwörungserzählungen. Darum wird sowohl der Account des Ministerpräsidenten als auch der der Staatskanzlei gelöscht. Auf Facebook und Instagram will die Landesregierung weiterhin aktiv bleiben. Der Einladung zu einer Weihnachtsfeier von Hannover 96 in die Heinz von Heiden Arena folgten am Wochenende viele Fans der Mannschaft. Sportdirektor Markus Mann begrüßte die Gäste. Die Spieler nahmen sich Zeit für Foto- und Autogrammwünsche. Von Glücksradreden über Ballschießen gegen eine aufblasbare Riesendartscheibe gab es für Groß und Klein ein buntes Programm. Sogar der heilige Rasen durfte ausnahmsweise betreten werden. Das Training für den Rückrundenstart findet bereits wieder statt. Ganz abschreiben will man den Aufstieg noch nicht. Noch nie sind die Zinsen in so kurzer Zeit so rasant gestiegen. Das bringt so manche Immobilienfinanzierung ins Wanken. Hinzu kommen hohe Immobilienpreise und auch hohe Baukosten. Die Zahl der Baugenehmigungen in der Region Hannover sind auch schon bereits rückläufig. Wie können sich Menschen in Zukunft überhaupt noch den Traum vom Eigenheim sich leisten? Das frage ich jetzt Bernd Peschke, dem Regionalleiter der LBS. Guten Tag, Herr Peschke. Guten Tag, Herr Reuler. Ja, Herr Peschke, was macht denn das Bauen momentan so teuer? Sie haben es gerade in Ihrer Einleitung formuliert. Das Bauen machen natürlich die jetzt gestiegenen Zinsen erheblich teurer, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Dazu kommt natürlich auch die Situation, dass die Versorgungs- und Lieferketten immer noch zum Teil unterbrochen sind, Materialpreise steigen und sie auch im Beginn einer Lohnpreisspirale sind, was natürlich auch die Baukosten in Gänze verteuert. Kann man sich dann überhaupt noch die eigenen vier Wände leisten? Nun ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das möglich ist. Mein erstes Haus habe ich gekauft, da war der Zins bei 8,7 Prozent. Also Sie sehen, nach oben hin ist es auch möglich. Aber ganz entscheidend dabei ist eben eine Voraussetzung, die Verbraucher müssen eben halt lernen und das ist gerade eine Situation in der jüngeren Generation. Wir müssen eben stärker auf das Thema Konsumverzicht schauen. Konsumverzicht ist eben ein Teil dessen, was uns hilft, eben Eigenkapital anzusparen, was in der Situation einer Baufinanzierung in der Zukunft wieder eine größere Bedeutung hat. Wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte, auf was sollte ich denn jetzt besonders achten? Nun ja, die Situation ist vielfältig. Entscheidend ist natürlich Ihre Lebenssituation. Für wen wollen Sie bauen oder kaufen? Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Muss es eben halt das große Haus sein oder kann es vielleicht auch ein etwas kleineres sein? Ein Freistehendes, vielleicht ein Reihenhaus, eine Doppelhaushälfte. Vielleicht tut es eben halt aber auch irgendwie die kleine Wohnung, hilft Ihnen dabei vielleicht den ersten Schritt ins Wohneigentum zu gehen. Sie werden sich mit der Situation abfinden müssen, dass natürlich das Leben im Urban am langen Ende immer teurer sein wird. Gegebenenfalls stellen eben halt auch noch in der Peripherie, also ich sag mal um Hannover herum, die Landkreise oder auch die Regionen dementsprechende Alternativen zur Verfügung, die sich vielleicht erlauben können. Also wird das Bauen jetzt immer mehr zu einem Luxusgut? Ja, das ist eine gute Frage. Letztendlich wird es so sein, dass wir, also wir müssen ja alle wohnen, in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich stellt sich die Frage, was will ich hier mal tun? Wenn ich ins selbst genutzte Wohneigentum möchte, bedeutet es eben halt heute einen höheren Kraftaufwand und eine höhere Anstrengung? Und natürlich damit wird es auch ein Stück weit zu einem Luxus, wie Sie es gerade formuliert haben. Ja. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blinken, was meinen Sie denn? Wird das auch mal wieder anders? Also werden die Zinsen dann auch wieder sinken? Oder wird das so bleiben? Ach, wenn ich das wüsste, dann würde ich Ihnen das Interview jetzt nicht geben. Also die Zinssituation ist natürlich etwas, wo wir alle gar keinen Einfluss direkt momentan drauf haben. Wir hoffen nur, dass der Zinsmarkt sich momentan hoffentlich etwas stabilisiert. Das wäre eine gute Voraussetzung. Dass die Zinsen natürlich steigen können, ist immer gegeben. Wir sehen die Staatsverschuldung, die zahlt im Alter auch immer ein. Aber ich persönlich hoffe es, dass wir keine so dynamischen Anstiege mehr sehen, wie wir sie im letzten halben Jahr erlebt haben. Also sollte man vielleicht lieber mit dem Bau des Eigenheims ein bisschen warten und nicht gerade jetzt bauen? Naja, jeder Zeitpunkt ist natürlich irgendwie der richtige. Also Sie sollten auf jeden Fall die Zeit nutzen. Ob Sie Ihre Entscheidung zur Investition in die Zukunft verschieben, sollten Sie einfach mal überprüfen. Und zwar, man kann das ja wunderbar ausrechnen. Wie viel Haus ich mir auf der anderen Seite leisten kann. Und das ist auch eine Formulierung, die ich selber über die 30 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit gerne verwandt habe. Lasst uns schauen, wie viel Haus kannst du dir erlauben? Und dann, wenn wir den Preisrahmen festgelegt haben, dann kann man entscheiden, in welche Richtung ich ihn mal suchen kann. Denn es nützt ja nichts, wenn ich mich von einer wunderschönen Wohnung oder einem Haus mit 150 Quadratmeter anstecken lasse, was ich emotional total verstehen kann. Aber das Geld reicht letztendlich vielleicht nur für 100 Quadratmeter. Deswegen muss man hier an der Stelle auch etwas realistisch sein, bei aller Emotionen, die eine Immobilie natürlich in sich kriegt. Ja, die staatlichen Förderungen, die es ja auch gibt, die gleichen ja jetzt auch die hohen Zinsen nicht so aus. Kann oder sollte die Politik diesbezüglich überhaupt was tun? Naja, wir sehen ja, dass ja die Fördermöglichkeiten über die KfW zum Teil immer noch gegeben sind. Aber auch dort sind erhebliche Einschränkungen eingetreten. Es ist aber auf der einen Seite so, dass Sparen zum Beispiel in den Produkten des Bausparens auch von staatlicher Seite gefördert werden. Das ist ein Zuschuss, auf den ich einen Rechtsanspruch habe, der an Einkommensgrenzen zwar gebunden ist, aber diese Förderung kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ich Eigenkapital ansparen möchte, kann das eine gute und sinnvolle Art und Weise sein. Herr Peschke, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Euler. Und zum Schluss kommen wir wie immer zu unserem Veranstaltungstipp O Adonai, so lautet der Titel des diesjährigen Advents- und Weihnachtsprogramms des Kammerchorps Hannover. Es wird am 11. Dezember um 17 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche aufgeführt. Die Vielfalt an Sprachen und musikalischen Stilen des Programms verdeutlicht die reiche Tradition europäischer Chormusik. Der Eintritt ist frei. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie's gut. Tschüss.